Willkommen zurück hier bei PK und natürlich auch hier bei Wolf bei der LP. Es geht weiter mit Operation Tango, dem Koop-Spiel, in dem einer einen Hacker spielt, der andere einen Agenten. Bei mir ist der liebe Wolf. Er muss aber gleich leider wieder in die Action rein. Das ist richtig, kannst dich nicht drücken. Letztes Mal haben wir einen Zug gerettet. Also erstmal haben wir irgendwelche lustigen Daten geklaut und dann haben wir einen Zug vor dem Abschluss gerettet und dabei mal spontan anscheinend eine Bombe entschärft. Keep talking and nobody explodes style. Ja, das war sehr schön. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Welches Jubil-Genre wir jetzt ad absurdum führend. Ja, wir wurden ja letztes Mal entlarvt von dem bösen Hackmann. Die Frage ist, weiß er wirklich, wer wir sind? Weil er hat ja bloß gesehen, dass der Zug angehalten wurde. Ja, aber er hat ja unsere Gesichter gescannt. Ja, das stimmt. Also, mal schauen, mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Tango, in das Tango-Hauptquartier. Digitaler Zauchgang, okay. Bin mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, Agents. Stopping that train was nothing short of heroic. Und Bonus points für hacking the conversation with Cypher, which now allows us to trace him back to the server he uses to commit his cybercrime. Alistair, this will be your most dangerous dive yet. And Angel, you'll need to make sure he makes it in one piece. Your mission today is to dive into the dark web, evade detection, and neutralize Cypher's main server. Good luck. Okay. Also, zu deinem Erfreuen scheint es ja so ein bisschen so zu sein, als würde der Hacker in dieser Runde die aktive Rolle übernehmen. Das ist sehr schön. Ich aktiviere mal eine Fernortung. Netzwerkschicht, Navigation, 169, 157, 201. Mhm. 164. Ich bin drin! Oh Gott. Oh Gott. Warum habe ich nur zwei Balken zu dir? Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch drei. Äh, Akkreditierung. Was brauche ich denn für eine Akkreditierung? Du musst ausweichen. Ja, mache ich gerade. Ich sammle hier noch diese Dinge ein. Ah, ich kann die Internetverbindung reparieren. Okay. Was brauche ich denn für ein Modul? Wifi-Connector steht hier. Wifi-Connector. Klammer auf, Klammer zu. Jetzt muss ich irgendwas eintippen. Tu so, als wärst du ein Hacker und gebe hier etwas ein. Okay, dann hau ich auf die Tastatur auf. Ehrlich? Ich muss einfach nur auf die Tastatur hauen? Ja. Okay. So, Incoming-Network-Split steht hier. Ja. Ähm. Äh. Server 49. Proxy. Proxy 23. Datenbank 6. Proxy. Proxy. Okay. Okay. Lustige, lustige Grafik auf jeden Fall. Lustige grafische Effekte hier. Es ist sehr lustig, was ich sehe. Oh, es kommt ein Tracer. In 8 Sekunden. Ja, ich sehe ihn. Okay. Ich kann ihn allerdings nicht aufweilen. Es kommen ganz viele Tracer. Das ist nicht gut. Er kommt direkt hinter dir. Wechsel die Spur. Wo kommt der nächste? Hinter dir. Ja, da ist gut. Der nächste? Wechsel. Okay, hast alle überstanden. Okay. Sehr gut. Kommt wieder ein Netzwerk-Split. Noch sehe ich nichts. Äh, Datenbank. Server Proxy oder Datenbank? Datenbank? Ja. Okay. Alles klar. Weiter geht die Bilder hart. Oh, ich brauche 7-6-L-ACC. Schnell. Gott sei Dank. Okay. Okay. Äh, 5-5-Z-ACC. Und ich kriege wieder Tracer. Ja, der kommt links von dir. Okay. Sag einfach welche Spur er kommt. Rechts. 6-1-T-ACC. 6-1-T-ACC. Okay. Äh, wechsel nach rechts. Sag einfach auf welcher Spur er kommt. Okay. Netzwerk-Split. Server. 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 Das ist die Hook. Okay. Dann bleibe ich einfach wo ich bin. Ja, wenn Tracer kommt, sag einfach auf welcher der drei Spuren er kommt. Okay. Äh, wie siehst du die Spuren? Siehst du die auch wie ich oben, unten? Ne. Ich sehe links nach rechts. Okay. Äh, was ist das jetzt? Oh Gott. Was für ein Gigahertz-Bereich muss ich einstellen? 3,4 Gigahertz. Ja. Oh Gott, ich kann das ja auch ändern. Ja. Okay, geschafft. Okay, komm, noch so eins. Ähm, diese zwei Stacks müssen... Äh... Wie müssen die? Äh, die vier rechts, zwei nach oben. Äh? Äh, die vier links. Siehste? Vierter... Vierte von links. Die musst du zwei nach oben. Ich... Hä? Wie vierte von links? Ich weiß nicht. Ich hab hier zwei Stapel. Und rechts steht auf dem zweiten... Ähm... Allein auf dem zweiten von oben. Und links steht auf dem vierten von oben allein. Ähm, ich hab hier halt nur nicht verbinden Sachen. Hä? Ach so! Ja, das... Wenn du die nicht verbinden da... Also, ich hab hier zwei, die du verbinden musst. Seid es um, fuck. Und du hast zwei, die du nicht verbinden da hast. Und du hast zwei, die du nicht verbinden da hast. Ich muss wieder reparieren. Ja. Ping-Route. Mit Fast Mode auf True. Äh... Ping-Route, Fast Mode, True. Okay. Okay, zack, 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 zack. Ja, ich hab schon auf die Tastatur gehauen. Okay, alles klar. So. Ähm, bei mir steht, du musst den zweiten von links mit dem vierten von rechts auf ein Level bringen. Und dabei halt dafür sorgen, dass du deine nicht verbindest. So, jetzt musst du... Genau. So. Das ist richtig. Synchronisieren. Wunderbar. Okay, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Ja. Ich wusste nicht, dass bei dir auch noch was steht. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ich hab so nicht verbinden Dinger gehabt. Okay, jetzt muss ich hier anscheinend irgendeinen Bums sammeln. Und ich wusste nicht, dass ich die normalen Felder auch bewegen kann. So, was... Aber wir haben nicht genug gesammelt, oder was? Mhm. Okay. Ich mach mal hier Daten doppelt. Unter dem Splager Data. Und dann... Ich versteh nicht ganz... Blick die Sachen an. Äh... Ach so. Wir sind jetzt in einem Shooter mal abgelandet. Ja. Das ist... Kommt etwas aus dem Nichts, aber... Okay. So, geschafft. Hervorragend. Und wieder zurück auf die Achterbahn. Ja. Sieht so aus, als müssten wir wieder so ein Puzzle lösen. Ja. Okay. Network Key. Ja. Du musst mir irgendein Symbol beschreiben, glaube ich? Ein lächelndes Gesicht. Ja. Das sieht sehr eckig aus. Also... Hat er auch... Hat er Augenbrauen das Lächeln in deinem Gesicht? Okay. 4-6-4-6. Okay. Da kommt gleich das nächste Puzzle. Ja. Okay. Beide Spieler müssen gleichzeitig pingen. Ja. Dann sag, wenn ich ping... Dann sag mir, wenn ich pingen soll. Jetzt. Ah, das war... Hat gereicht. Okay, hat gereicht. Wohin? Proxy. Proxy. Mittelvariant. Dahin. Proxy Alpha Centauri. Oh, nicht schon wieder so ein Puzzle. Sogar zwei. Oh Gott. Okay. 6,2 Gigahertz. Und... Plus mit einem Minus drüber. Plus mit einem Minus drüber. Äh... Wie weit sind die auseinander? Nicht weit. Äh... Gibt es eine Lücke? Ja oder nein? Ja. Aber nur winzige? Ja. Okay. Dann 4-6-4-6 schon wieder. Okay. Nächstes Puzzle. Sag mir, wann ich pingen soll. Okay. Jetzt. Ne, wann... Ah, ich hab ein bisschen zu früh. Ich dachte, das dauert. Okay. Okay. Jetzt. Oh, das war perfekt. So. Ähm... Du musst... Das... Das, was rechts ist... Das zweite von rechts... Eins nach unten. Dann sind die allein. So. Passt. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das stressig. Wohin? Server. Äh... Höchste. Okay. Hier kommt Tracer. Kommt links. Okay. Wo kommt der nächste? Mitte. Okay. Ähm... Links 3 muss auf rechts 4. Wo ist der Tracer? Äh... Rechts. Okay. Links 3 muss auf rechts 4. Wo ist der Tracer? Ne, hat nicht funktioniert. Tracer, bitte. Wo ist der Tracer? Oh Gott. Ähm... 1,6. Ah, ich wollte Tracer. Scheiße. Wo kommt der Tracer? Äh, rechts. Wo kommt... Rechts. Ah. Ähm... So. Äh... Links ist ganz unten, rechts ist in der Mitte. Okay. Musst du halt aufpassen, dass du deine Regeln nicht brichst. Ja. Okay. Puh. Gerade so geschafft. Was muss ich denn reparieren? Routerblocker. Define our Falls. Und ich muss wissen, wo ich hin muss. Und wie hängt das Scheiß Ding im Weg? Wo muss ich hin? Gartenbank. 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 Das Fenster hängt mir im Weg, ich konnte es nicht sehen. Weil das Repair-Fenster, das blockt alles. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird auch immer stressiger hier. Okay, Tracer. Mitte. Okay. Nenn mir den. Äh, das... Also... Der Mund ist jetzt oben. Und unten sind... Mhm. Also Mitte sind zwei Punkte. Und unten hat er so ein kleines, viereckiges Pixelmünchen. 9519. Ich brauche die Akkreditierung. 76LACC. Schnell, schnell, schnell. Okay. Wo ist der Tracer? Links. Okay. Gott, oh Gott. Und jetzt, wo er vorbei ist, rechts kommt der nächste Tracer. Alles klar, danke dir. Äh, 1 GHz. Das ist... Geschafft. Wo ist der nächste Tracer? 23PACC. Äh, warte. Jetzt kommt er in der Mitte. Okay. 23PACC. Schnell, 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 schnell. Puh. Ach du Schande. Der ist immer noch in der Mitte, bleibt da. Ja. Okay. Keine weiteren Tracer. Gott, oh Gott, oh Gott. Nächstes Puzzle. Okay. Okay, das geht. Mann, muss ich fingen. Jetzt. Top. So. Gieß so aus, als hätten wir es bald geschafft. Mhm. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder Shoot-Map spielen. Ja, vermutlich. Ich habe 60 gesammelt. Ich nicht so viele. Ah doch, ich habe sogar noch mehr gedammelt. Krass. Dann müssen wir gar nicht so viel klicken diesmal. Ah, wir brauchen 300 diesmal. Du kriegst ganz viel, du musst jetzt alles sammeln, weil es ging alles zu dir. Oh, das hätte ich nicht klicken dürfen. Ja, wir haben es. Okay, nice. Sehr gut. Oh, du musst mir diese, du musst mir die Schritte machen. Ja. Wo stehst du? Ah, da stehst du. Ja, hier kommt links und rechts von der Wand sind Sweeper jeweils. Du musst mir, du musst mir hundertprozentig, sobald ich dir sage, musst du die Seite wechseln. Musst du mir, genau. So. Auf welcher Seite soll ich anfangen? Links. Links. So, wechsel, ne? Wechsel die Seite jetzt. Wechsel jetzt wieder die Seite von da aus, wo ich bin. Und weiter, 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 weiter. Okay, geschafft. So. Jetzt musst du mir gleich so eine, so eine coole rechts machen. Du siehst ja, in der Mitte ist so eine Dingens drin. So, geradeaus. Geradeaus, geradeaus. Und jetzt nach rechts. Und jetzt weiter. Ah ne, stopp, da kommt wieder der nächste Sweeper. Okay, warte. Das muss man jetzt wieder synchronisieren, natürlich. Mach mir die Brücke so weit links wie möglich. Genau von hier. Aber noch nicht. Sondern jetzt. Los. Weiter, 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 weiter. Okay, geschafft. Jetzt kannst du mir quasi direkt eine Brücke dahin bauen, wo ich hin muss. Top. So. Bin ich auf der nächsten Ebene. Ich muss hier irgendwie hin. Ich hab hier so grüne Würfel. Okay, ich seh dich gerade nicht mehr. Okay. Ah. Okay, kannst du mir, ähm, in dem nächsten Raum. Da müsste ja, da wo ich gerade hochgebeamt bin, müsste noch ein Raum daneben sein. Genau. Mach mir von da, wo du gerade eine, ein Kästchen hingemacht hast. Ja. Mach mal links daneben eins. Okay, dann rechts daneben. Ne, äh, rechts vom Ursprung. Entschuldigung. So, dann noch eins. Noch eins. Und jetzt nach oben. Von dort aus. Und noch eins. Und noch eins. Und dann küpft der jetzt wieder drauf. So, da bin ich wieder. Und es geht weiter. So. Jetzt mach mal in dem Raum nebenan wieder irgendein, irgendein Kästchen. Irgendwo hin. Äh, woanders bitte. Ah. Okay. Von dort aus. Geh mal. Äh. Wie macht man das? Bist du rechts davon? Bist du unten davon? Bist du unten davon? Ich bin links davon. Aber hier fahren überall Sweeper rum, ist das Problem. So. Jetzt mach mal von dort aus. Eieiei. Hier ist überall Sweeper. Ja, ich seh's drauf. Okay, das Ursprungskästchen, ne? Ja. Also ich mach mal alle anderen weg. Genau. Mach mal von dort aus, ähm, zwei Kästchen weiter oben noch eins. Okay, zwei Kästchen weiter unten, sorry. Und dann noch eins. Und das ist jetzt das neue Ursprungskästchen. Mach alle anderen mal weg. Mhm. Und jetzt zieh von, warte, sobald ich dir sage, zieh von dort aus einer Linie nach rechts. Okay. Jetzt. Nein, mach, 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 ah! Scheiße, okay. Okay, jetzt die Sweeper. Die Sweeper sind so krass. Okay, selbes Kästchen wieder das Ursprungskästchen, wenn du noch weißt, was das ist, genau. Welches von den dreien? Ähm, in dem Fall das mittlere. Ja. Und, genau, du kannst noch eins weitermachen. So, ab da kommen jetzt die Sweeper. Okay. Und sobald ich's dir sage, machst du wieder eine Linie ans Ende. Okay. Jetzt! Und jetzt mach mir eine Linie vom Ursprungskästchen, äh, nach unten zweimal. Nach oben. Okay. Jetzt kann ich hier rein, glaube ich. Okay, mach unter mir weg. Da, wo ich gerade stehe, mach da das Kästchen weg. Aber ich glaube, hier kann ich reinfallen. Ja. Perfekt. Okay. Okay. So. Äh... Ich hab dich bei Netzwerk Ports. Mhm. Mhm. Ich brauch ne Farbe. Mhm. Und die eins ist, äh, guck mal auf die Tür. Mhm. Rechts, das an der Tür. Genau das da. Brauch ne Farbe. Das. Okay. Äh, fuck. Jetzt hab ich vergessen, was ich scannen muss. Hä? Wie funktioniert das? Scanne jeden Port, so wie dir der Partner das Timing vorgibt. Okay. 2, 7, 3... Ach so! Okay. Dann muss ich dir sagen, wann du scannen musst. Aber... Okay. Okay. So, blau, grün, blau anscheinend. Jetzt blau. Jetzt grün. Und jetzt blau. Okay. Okay. Und jetzt brauchen wir den anderen Port. Das hinter dir? Auf der anderen Seite, oder was? Nee. Genau der. Ja. Okay. Da brauchen wir grün, pink, blau, blau. Grün, pink, blau, blau. Okay, du gibst das Timing an. Immer im Rhythmus, genau. Grün, pink, blau, blau. Grün, pink, blau, blau. Okay. So, Tür sollte jetzt offen sein. Ja, ist offen. Weiter geht's. Jetzt habe ich hier wieder... Okay, jetzt habe ich hier wieder, ähm... Berserker, also... Oh Gott. Oh Gott. Ja. So, dann fangen wir vor mir an, hier zu bauen. Jetzt. Weiter, 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 weiter. Und jetzt bauen wir nach rechts schnell. Und jetzt wieder nach links. Okay, habs, habs, habs. So. So. Mein Gott. Okay, ich brauche irgendwie einen Schlüssel. Ja, ich brauche jetzt zwei Schlüssel. Ja, der ist hier drüben. Ja, ich sehe es. Hier kommt Scrubber gerade lang. Okay, bau erst mal vor mir, ähm, an der Brücke gleich, sobald der Scrubber wieder weg ist. Ja, ich... Und dann nach rechts. Damit ich mich da in diese Kuhle stellen kann. Ja. So. Und wenn ich dir sage, bau geradeaus rüber. Jetzt. Und jetzt nach rechts. Schnell, 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 schnell. Okay, coole. Sehr gut. Oh Gott, ich glaube hier werde ich... Okay. Service is safe. Ja, das ist safe. Ich baue dir dann einen Weg direkt zum Schlüssel. Genau. Sobald ich sage, jetzt. Okay, hab den Schlüssel. Und dann wieder mal zurück. Von hier aus am besten... Genau, bau von hier aus gleich einen Weg zur nächsten Kuhle. Sobald ich dir sage. Äh, auf der gleichen Seite oder auf der... Ja, auf derselben Seite. Okay. Jetzt. Okay. Und jetzt wieder zurück zum Eingang. Okay. Puh. So, den Scheißrahmen auch noch. Bau von hier aus rechts. Rechts, rechts, rechts. Da sind Wände. Okay. Die sind Wände. Siehst du die nicht? Nee. Also bei mir sind das dritte Feld quasi. Ach so, okay, okay, okay. Ähm, ich hab von meiner Perspektive aus rechts gesprochen. Ach so. Ähm. Ähm. Äh, genau da. Äh, jetzt. Jetzt mach das selbe. Und dann, äh, genau. Und jetzt wechsle mich. Oh Gott, das war nicht weit genug. Okay, ich geh zurück. Du musst quasi ein... Ein Teil musst du weiterbauen als gerade eben. Dann krieg... Dann bin ich safe vom Scrubber. Okay. Warte. Der Scrubber kommt gerade. Ich sag dir, wenn du loslegst. Jetzt. Weiter, weiter, weiter. Eins weiter, eins weiter. Okay, jetzt bin ich safe. So, und dann kannst du von hier aus zwei, äh, zwei Teils weiter in Richtung Schlüssel bauen. Und... Oh, okay. Jetzt mach weiter. Zum Schlüssel. Fahr zum Schlüssel. Okay, ich hab jetzt Schlüssel. Oh, jetzt ist hier noch so ein Killscreen dazu. Okay. Dann baue gleich wieder zurück. Jetzt. Und baue bitte einen Pfad in die Mitte. Genau so. Weil dann bin ich jetzt vor dem Killscreen safe. Und dann baust du gleich... Da, wo ich stehe, den Pfad in Richtung Ausgang zurück. Äh, da, wo du... Jetzt. Okay. 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 Okay, perfekt. Und jetzt brauche ich von hier aus zwei... Perfekt. Puh. Ich bin hier, um Gottes Willen. Oh, ich muss passend einen Serverknoten öffnen. Okay. Sag mir, wenn du springst. Ja. Ich springe... Jetzt. Okay. So, welchen Port brauchen wir? S-Track-Ports. Äh, hinter dir? Der hier? Der hier? Nee, eins links. Eins links. Der da, ja. Der hier? Okay. Gott, oh Gott. Äh, gelb, grün, grün, gelb, pink, blau. Oh Gott. Ja. Ja. Gelb, grün, grün, gelb, pink, blau. Okay. Gelb, grün, grün, gelb, pink, blau. Okay. Gelb. Grün. Grün. Gelb. Pink. Blau. Gelb. Okay, der pinke, der war ganz knapp. So, und Simon says, die nächste, äh, der auf der anderen Seite. Obwohl, nicht, nicht die genau, von denen, ne, der links daneben. Der da. Genau. Gott ey. Pink, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, pink. Hahaha. Scheiße. Muss ich ja fast schon aufschreiben. Ja. So. Pink, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, pink. Pink, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, pink. Pink, gelb, grün, blau, blau, grün, gelb, pink. So. Pink. Gelb. Grün. Blau. Blau. Grün. Gelb. Pink. Okay. So. Geschafft. Ja. Das war's jetzt auch. Ne, immer noch nicht. Ah doch, hier. Cypher-Server. Ja. Abgeschlossen zu sein, so wie's aussieht. Ich hab hier Power Cells. Ja, ich hab auch Power Cells. Okay. Weißt du welche ich abschalten muss? Steht hier nicht. Ich hab Power Cells 1 bis 4. Ich auch. Die sind alle betriebsbereit. Machen wir sie mal alle aus. Deaktiviert. Deaktiviert. 2. Deaktiviert. 3. Deaktiviert. 3. Deaktiviert. 3. Jetzt kann ich alles löschen. Okay. Okay, dann auf 3. 1, 2, 3. So. Hervorragend. Tja Cypher. Oh, oh. Was hat es damit wohl noch auf sich? Entweder ein Riesenvirus oder er jagt uns alle in die Luft. Ich glaube, er will uns eher in die Luft jagen. Okay. Ja, dann hat's ja diesmal irgendwie nicht viel mit Hackerei zu tun gehabt. Ich hab das Gefühl gehabt, du warst eher der Hacker und ich der Agent. Ja, irgendwie gefühlt schon. Aber gut. Ja, was hat es mit diesem komischen Gerät auf sich? Das finden wir aus nächstes Mal, wenn es weitergeht mit Project Tango, Operation Tango. Also lasst uns einen Kommentar da. Ja, einen Daumen nach oben. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal auf PK und auf Wolf bei der LP. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag. Ja, macht's gut. Tschüss.